Norddeutscher Rundfunk 2021 Im Moment ist er drüber und ein Spannset blockiert. Das ist alles? Ja, und das hält supergut. Herr Keller, was bedeutet Ihnen das, dass Kunstwerk am Hauptbahnhof am Hauptbahnhof bedeutet? Es ist ein Traum. Ein Wunder, das man hoffen, dass es passiert. Man hofft, der Raum platzt jetzt nicht. Drei Jahre, drei Jahre, und jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Sam Keller steht kurz vor einem Höhepunkt seiner beruflichen Karriere. Schon immer zog es den Bürzer Sohn zu Größerem. Heute ist Keller eine der weltweit einflussreichsten Persönlichkeiten in der Kunstszene. Was ist das für einer, der sich auf jedem Parkett geschickt bewegen kann? Und welche Träume lassen sich erfüllen, wenn man den Schlüssel zur Welt der Reichen und Kreativen hat? Davon handelt diese Reportage. Die Fondation Bajeler im baslerischen Rhin. Das Kunstmuseum wird seit zehn Jahren von einem erfolgreichen Direktor geführt. Sam Keller. Das ist so fantastisch, dass wir jetzt ... Das haben wir erst seit letztem Jahr, der Clifford Still. Herr Aller, sind Sie eigentlich stolz, dass Sie eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Kunstszene sind? Sie sind sogar weltweit. Ja, ja. Ich bin einfach ein Mensch, aber natürlich hilft es mir bei der Arbeit und es hilft, den Zugang zu den Künstlern zu haben. Die Fondation Bajeler ist für ihn fast so etwas wie ein Zuhause. Das ist eine meiner Lieblingssorten. Da muss ich manchmal schnell hinsitzen, nichts machen und einfach hier aus in die Landschaft schauen. Sein Elternhaus liegt nur gerade einen Steinwurf entfernt. Der Vater war Mechaniker, die Mutter Krankenschwester. Ihre Eltern waren alles andere als kunstaffin. Hat das nie gestört? Sie hatten einfach nicht zur Gelegenheit dazu. Dafür sahen wir alte Burgen und Kirchen an. Sie sahen Musik und Bücher. Nein, ich hatte das Glück, dass ich dank dem in der Schweiz wohne, und es Museen gibt und Kunst im öffentlichen Raum, die Möglichkeit gehabt habe, das für mich zu entdecken. Nach der Matura begann er Kunstgeschichte und Philosophie zu studieren. Doch an der Uni konnte er nicht das lernen, was ihn interessierte, zeitgenössische Kunst. Deshalb brach er das Studium ab. Es wurmt Sie nicht, dass das Studium abgebrochen ist? Nein, das finde ich nicht schlimm. Ich würde es wieder machen. Aber ich würde es nicht allen anderen empfehlen. An der Art Basel fand der Studienabbrecher zuerst einen Aushilfsjob. Schnell wurde man auf den ehrgeizigen jungen Mann aufmerksam. Im Jahr 2000 schafft er es zum Direktor der Kunstmesse. Er führte sie zu Weltraum, dank eines Ablegers in Miami. Die Art Basel zieht die schönen und reichen Schwarmweise an. Hollywood-Schauspieler Brad Pitt. Designer Karl Lagerfeld oder auch Topmodel Naomi Campbell. 2008 holte ihn Ernst Bähler als Leiter in sein Museum. Keller wohnt nicht nur in Basel, hier liegen auch seine Wurzeln. Der Laie erstaunt, wie bodenständig sich der weltweit erfolgreiche Kunstmanager gibt. Hat er schon bessere Zeiten gesehen, oder? Ja, ja, ich habe ihn trotzdem gerne. Dafür will er nicht geklaut, weil so eine Köppel will niemals. Keller bewegt sich wie ein Fisch im Wasser durchs Leben. In der Kunstwelt fühlt er sich genauso zu Hause wie im Fussballstadion. Er besitzt eine Jahreskarte im Basler Jockeli. Ich habe es gehofft alle sieben Tage in der Woche. Ich habe in jeder Pause Fußball gespielt. Die Emotionen im Stadion sind auch toll. Hey! Stotter! Nein, nein, nein! Ja! Wir fangen die drei mit, oder? Die Brotwurst hätte ich gerne. Mit einem Bier gerne. Sind Sie dann ein verkappter Fussballer, wo Sie jetzt einen Weg in die Kunst gefunden haben? Genau so ist es. Wirklich? Nein, natürlich. Wenn Sie mich mit 15 gehofft haben, was wir werden, sicher lieber Fussballer als Museumsdirektor. Was ist das? Bis zum heutigen Tag blieb er Basel treu, trotz Jobangeboten aus der ganzen Welt. Der 52 Jahre alte Sam Keller ist verheiratet und Vater eines erwachsenen Sohnes. Filmaufnahmen bei sich daheim sind für ihn tabu. Sie kann auch gerne privat leben, aber Sie sind noch mehr als ich. Zu Hause glänzt er oft durch Abwesenheit, weil er auf Reisen ist. Sie haben nicht das Gefühl, Sie zahlen einen hohen Preis dafür, dass Sie sich später Vorwürfe machen müssen, dass der Job viel wichtiger als die Familie. Haben Sie nie Vorwürfe bekommen? Doch, natürlich. Das wäre ja unnatürlich, wenn Sie nicht klar wären. Aber wir haben immer noch, und vielleicht mehr denn je, ein gutes Verhältnis. Mein Vater war dreimal am Tag zu Hause zum Essen. Und trotzdem hatten wir nicht immer ein gutes Verhältnis. Also nur von der Zeit, die wir miteinander verbringen, alleine darauf zu schliessen, wie gut das Verhältnis ist, das ist nicht immer so. Vielleicht ist es auch gut, in einer Beziehung, wenn es mit einem glücklichen Tag über eine längere Distanz auszuteilen. Und ich bin jetzt schon bald mal 30 Jahre geheiratet. Und vielleicht ist es manchmal auch gut, dass ich nicht immer daheim war. Überkeller sagt man, er habe viele Tausend Freunde. Das mag übertrieben sein, aber gut vernetzt ist er allemal. Claudia. Arbeit und Privatleben trennt der Museumsdirektor kaum voneinander. Ein Haufen der Leute, die mit ihnen arbeiten, werden auch zu Freunden. Und manche Leute, die Freunde sind, mit denen arbeitet man später. Und eigentlich müsste man da nicht so eine Berliner Mauer im Kopf haben. Gut. Er ist eine Person mit extrem viel Energie. Manchmal ist es schwierig, mit seiner Energie mithalten zu können. Tschüss, Sam. Gibt es auch etwas, was ihm die Nervt? Ich weiss die anderen. Auf der Unterpropaganda. Ja, er ist manchmal erst nerven an sich selber, weil er sich so viel Zeit widmet. Er gibt so viel Zeit einem. Und eigentlich bin ich ja nicht im Kunstmarkt. Ich habe diese Zeit gar nicht verdient. Und einmal mit ihm umzugehen, ist nicht ganz einfach. Also es ist mehr ihr ein Problem als sein? Ja, würde man so sagen, genau. Sam Keller ist jemand, wo ich jedes Wort glaube, das er sagt. Sicher? Ja. Ich habe das Gefühl, er würde mich nie anliegen. Der Abend wird lang, die Nachtruhe kurz. Morgen reist er in aller Früh nach Brasilien. Morgen. Morgen. Für Rio de Janeiro touristische Reize hat er kaum ein Auge übrig. In seiner Welt dreht sich alles um Kunst. Mhm. Mhm. Ich finde, das ist ein Bild, das man anschauen müsste. Ähm, weil es so anders ist. Könntest du dann auf New York und das gleich anschauen? Ja, du. Okay. Si. Auf dem Programm steht ein Besuch im Atelier eines der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler Lateinamerikas. Guten Morgen. Guten Morgen. Und das ist er, Ernesto Netto. In den grössten Museen der Welt sind seine Werke zu sehen. New York, London und Paris. 2006 ernannte Frankreich den Brasilianer sogar zum Ritter der Künste. Wie haben Sie ihn überhaupt kennengelernt, Ernesto Netto? Ähm, in Köln einmal am Bahnhof, als ich eine Ausstellung von ihm anschaue. wie vor, ich weiss nicht, 20 Jahren oder so. Was macht ihn denn so ausserbündlich aus? Ähm, ja, zuerst einmal ist er eine wunderbare Persönlichkeit. oder, äh, charismatisch, splitzgescheit, poetisch, er ist auch eine Poete irgendwie. Und dann nachher, ähm, grosse Herzlichkeit. Und dann nachher ist er halt einfach jemand, der Skulptur wie neu erfunden hat, oder? Mit, äh, Materialien. Und, äh, die man eigentlich eher hinter unserem Handwerklicher kennt. Seinen Werken liegt die Auseinandersetzung mit Spiritualität zugrunde. Urwald-Indianer sind seine Vorbilder. Ich mache gerade eine Diät, die ich bei den Indianern kennengelernt habe. Ich war bei den Yawanawa-Indianern. Dort machen wir spirituelle Sitzungen, um mich besser fokussieren zu können. Es ist gut, eine Diät zu machen. Das ist Teil meiner Arbeit. Wasser reinigt. Er hat jetzt gerade eine gesunde Lebenshaltung gesagt. Sie selbst beobachten, trinken gerne Bier, rauchen Kettenraucher. Es ist eine grosse Diskrepanz. Leben Sie nicht ein bisschen ungesund? Ja, ja. Man lebt nur einmal. Ich lebe gerne, oder ich esse gerne, oder ich trinke gerne, oder ich rauche gerne. Und, äh, ja. Solange man sich noch einigermassen gut dabei fühlt, sollte man es geniessen. Dann bereitet sich der Künstler innerlich auf das Interview vor. Was ist die zentrale Aussage Ihrer Kunst? Das versuche ich seit 30 Jahren herauszufinden. Ich denke, Dinge stehen in einem ausbalancierten Verhältnis zueinander. Und wir sind mit allem verbunden, was uns umgibt. Wir sind mit allem verbunden. Einfach einiges zu viel zu viel. Einfach einiges zu viel. Einfach einiges zu viel. So einiges schon. Einfach einiges zu viel. Im unteren Stock von Netto's Atelier befindet sich die Produktionswerkstatt. Acht Angestellte setzen hier die Visionen des Künstlers um. Die Werke werden aus naturgefärbter Baumwolle geflochten. Das heisst, Sie haben die Idee des Kunstwerkes und andere setzen Sie um? Ja. Viele Hände. Dank Kellers Initiative ist diesen Sommer in Zürich eine Installation des Künstlers zu sehen. Sie kostet 2,7 Mio. Fr. Nach Abzug aller Spesen blieben ihm nur gerade 50'000 Fr. als Reinverdienst, sagt Netto. Und wie viel bezahlt er seinen Angestellten? Pro Tag 150 Reales. Also rund 40 Fr., das ist nicht viel? Nein, nicht viel. Das macht Ihnen nichts aus? Doch, Sie sollten mehr erhalten. Das heisst, Sie machen das grosse Geld? Nicht so sehr. Die Herstellung kostet eine Menge. Vielleicht sollte ich mit Ihnen mehr teilen. Ich weiss es nicht. Ich denke, ich sollte. Werden Sie? Ja, das werde ich. 40 Fr. Tageslohn mögen für unsere Verhältnisse nicht viel sein. Aber in Brasilien entspricht das dem Doppelten des Mindestlohns. Am Kunstwerk für Zürich arbeitete das Team drei Jahre lang. Die Kunstschule Bacquelage mitten in Rio. Fototermin auf der Terrasse mit einer grossen Kulturzeitung. Der geplante Artikel über den Schweizer Museumsdirektor hat Frances Reynolds eingefädelt. Sie ist die Ex-Frau des Besitzers von Globo, dem grössten Medienkonzern Lateinamerikas. Wenn Sie sich in der Welt herumziehen können, wenn Sie zu ehrlich sind. Das ist Arbeit. Aber was toll ist an meiner Arbeit, dass ich nachher an so wunderschöne Orte herkomme und mit interessanten Leuten. Das ist ein Traumjob, den Sie haben. Ja, finde ich auch. Ernesto Netto fährt an diesem Tag dorthin, wo die Quelle seines Schaffens liegt. Im Wald bei den Indianern. In den Bergen oberhalb Rios trifft er den Germanen Alvaro Tucano. Der Indianer ist der politische Anführer der Urbevölkerung Lateinamerikas. Mit dabei ist auch Netto's Freund Rafael Andreoni. Gemeinsam führen sie ein schamanisches Ritual durch. Das ist Tabak und Asche eines Baumes. Waldmedizin. Die Mischung geht nicht in die Lunge, sondern direkt ins Hirn. Es heilt vieles. Und die Schamanen wenden es an, um unsere grossen Probleme zu lösen. und die Schamanen zu lösen. Es heilt viele Dinge. Und die Schamanen, sie benutzen das, um die dunkle Probleme zu lösen. Meine Rolle als Heiler ist es, die Leute wieder mit der Natur zu verbinden. Und die Schamanen, die Schamanen, die Schamanen. In Rio wohnt der Kunstmanager in der Villa von Frances Reynolds. Mit der Kunstmäzenin ist Keller seit Jahren befreundet. Ja. Muito bon. Kostos. Wie gefällt Ihnen eigentlich so das Leben im Luxus? Also, am Morgen aufzuwachen und auf Rio zu schauen und umgeben sein für wunderbare Bäume in so einem Haus, um mit guten Fruchtsäften verwöhnt zu werden, das gefällt mir schon. Sie müssen nicht jeden Tag sein, aber sonst wäre es auch nichts mehr so Besonderes. Aber heute Morgen geniesse ich es. Franchise Reynolds besitzt Luxuswohnungen in aller Welt. In ihren Domizilen hängen Werke von namhaften Künstlern. Was steht da? Kunst ist nicht nur für die Reichen. Der Direktor des populärsten Museums der Schweiz hat die grösste Kunstmesse der Welt verändert. Das ist fantastisch. Den Rest übersetze ich dir dann noch. Was für eine Person ist es im Keller? Ein guter Freund. Sehr weise. Grosszügig. Eine weltweit einflussreiche Persönlichkeit. Ein Vorbild, ein Beschützer. Und man hat mit ihm viel Spass. Und er ist ein grossartiger Teamplayer. Für den Teamplayer wartet noch viel Arbeit in Rio. Dabei geht es ums Geschäft hinter der Kunst. Das ist viel Geld, aber davon verlieren wir eine Menge wegen den Steuern. Wenn du die richtige Lösung findest, musst du dir keine Sorgen machen. Du schickst ihm das Geld, aber du brauchst einen Vertrag. Wir müssen ein Kontrakt machen. In langen Nächten geht es um Sponsorensuche für nettes 2,7 Mio. Projekte in Zürich. Es braucht viele Leute, die ein Herz für Kunst haben. Schliesslich eröffnet Keller noch einen Abend, an dem der Künstler vor Publikum spricht. Ihn braucht man nicht vorzustellen, denn er ist in Brasilien ein Held. Nur mich kennt hier niemand. Schon bald wird Ernesto Netto in die Schweiz reisen, um sein jüngstes Werk zu präsentieren. Freitagabend, 29. Juli. Vernissange der Installation Gaia Mathertree im Zürcher Hauptbahnhof. Netto begehbares Werk ist riesig. 20 m hoch, 1,5 t schwer und hergestellt aus über 10'000 m Baumwollstoff. Bis Ende Juli finden verschiedene Veranstaltungen im Innern des Häkelriesen statt. Einzelteile schon. Und dann haben wir ... Sam Keller kommt ins Schwärmen. Ich habe seit vielen Jahren ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum geschafft. Von ganz Kleinen, also Grossen. Aber das ist das grösste Fallen und das aufwendigste Fallen. Und das ist jetzt wirklich ein Traum, an dem ich lange Träumen war mit Ernesto. Und dass er heute Realität werden darf, das ist etwas, was ich noch meinen Grosskindern erzählen kann. Mit einem indianischen Segen übergibt Ernesto Netto sein Werk dem Publikum. Und Sam Keller? Gut möglich, dass er bereits wieder träumt von einem neuen Projekt. Danke. Ich will schön dirin. Ich will schön dirin. Das ist gut, ich will schön dirin. Du bist gut, ich will schön dirin, ich will schön dirin.